Guck mal, ich bin in dir. Sync in drei, zwei, eins, enter. Aha. Sync. It's time for a sync. Das sollte mir reichen. Alles klar. Weil es auch bei dir im Chat aufgebraucht ist und Kram schon hin und her. Ich habe meine Glass-Paints immer noch nicht gefixt, weil ich ein Stück Scheiße bin in Forms. Ja, ich, Marco, ich komme nicht mehr raus. Warum? Weil hier kein Ausgang ist. Da ist eine Tür. Ach, da ist ein Ausgang. Ähm. Alles klar. Marco, ich brauche dunkles Holz. Hol dunkles Holz. Gut, auf dem Weg. Auf dem Weg. Ja. Oder soll ich dir Beine machen? Ich mache dir Beine. Nein, mache mir keine Beine. Ich schwöre dir, ich mache dir Beine. Mach mir lieber eine Axt. Warte. Dafür geht das schneller. Ich habe eine Axt. Ich habe eine Axt. Ich habe eine Axt. Ich habe hier, hier. Marco. Axt. Hier, Axt. Hier. Wo bist du? Hier. Wo bist du? Vielen, hallo. Wie lautes ruhig dir noch rufen. Meine Fresse. Da, Axt. Hier, neben den Öfern. bist du blind meine güte macht der typ nicht fertig also die tatsache dass du eigentlich gerade hinter mir sitzt und ich mich umdrehen das war deine schuld ja das ist ja eigentlich wir sind ja am arsch der welt das ist ein loch ist ein loch dahin gekommen was warum hat man feiern weniger als 30 fps das sehe ich voll nicht ein nein du scheiße bist tot verderben tot verderben spinnen 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 no shit hätte ich nie gedacht ich hab mein schwer wieder aufgenommen es ist ganz cool weil du jetzt auch nämlich foto aufnimmst und ich hin und her wechseln kann die footage gibt es auch eine handtage dass du immer gleich so diese perverse sachen daraus hören muss klar einfach gefragt ob es zu der footage auch die handtage gibt und du kommst jetzt gleich mit irgendeinem japanischen perversen scheiß ich finde das nicht in ordnung mein job ich werde dafür bezahlt von mir selbst ach so inwiefern das ist eine sehr gute frage mit mit dem äquivalent zu foot jobs nur mit händen weißt du wirst mit händen jobs bezahlt von mir selbst von sylvaner ich hätte jetzt gedacht sylvaner bezahlt sich mit händen das sind enderman und skelette und ich habe angst und es ist dunkel warum sind wir bei dunkelheit überhaupt draußen paul weil du scheiße bist du solltest unbedingt holz holen du hast dich nicht aufhalten lassen ich habe gesagt nein bleib hier wir gehen erstmal schlafen aber du hast gesagt nein ich muss jetzt holz holen meine bestimmung ist das holz zu holen ich liege schon minuten lang im bett und du läufst hier rum und machst scheiße das finde ich nicht okay schlecht wie wärs mit ein bisschen emotionalen beistand paul du bist so schlecht ich bin nicht stolz auf dich aber das da kannst du nichts für es ist mir eigentlich kackegal ich bin nicht gestorben noch nicht aber ich bin kurz davor am not dead yet holz 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 gib mir holz lalalalala wir haben viel zu wenig holz so holz 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 hol in der chatgruppe gegen janik gestern so schön neben dir das war ja aber voll episch werde ich da von einem creeper hochkatapultiert und stirb am feilschaden ich kann nicht mehr sprinten das war ja mein stoff zurück da hast du deinen stoff da hast du alles was ich irgendwie gesammelt aber ich habe jetzt vergessen ich habe immer noch das eisenschwert ja mein eisenschwert du hast aber meine hosen ja also und was der beiden gegenseitig hat eine holzhobe er hat mich bedroht es war notwehr habt ihr alle gesehen wenn ich jetzt schwarz okay ich will das ganze lassen lassen wir das was wir das thema sein weißt du eigentlich dass ich die betten umgesetzt habe und ich geschlafen habe nein wusste ich nicht ich habe schon geschlafen ich habe mitgedacht wenn du zu doof bist kann ich da doch nichts für wenn ich zu doof bin und durch deine hand sterbe genau ich dachte du hättest dich darauf einstellen müssen dass ich dich ganz gerne mal töte und die schuld so geht ja natürlich was für zustände was du mich bedroht da kann ich nichts für dich dann auf notwehr zurück ich lasse mich jetzt schreien ich baue mir ein eigenes dreckhötchen alles klar das muss jetzt ganze zeug ich ja selber machen ich brauche mir gar nicht wirklich bisher marco hatte saftladen hier saftladen ja wie würdest du das nennen weiß ich nicht weiß ich nicht joghurt das hat was ich brauche holz ich würde ja marco bitten freundlich marco bitten holz zu holen aber marco hat ja trotz meiner einfühlsamen arzt beschlossen und jetzt was anderes zu machen ja ja deswegen deswegen muss ich das jetzt alles selber machen tut mir leid wenn das display ist deutlich langsamer wird marco wollte ist ich bin eine emanzipierte und starke ja aber primär bist du eine frau schnief ja schnief hier ist ja iron ore wo hier ist ja iron ore oder nicht eingeschlaß wie das ist noch nicht eingeschmolzen nie mit genau deswegen habe ich dich verlassen weil du nie mit denkst das wird ein bisschen zu realistisch ich kriege auf einmal ein achievement warum wohl weil ich gestorben bin vielleicht ja wer weiß ich weiß nicht ob du gestorben bist bist du gestorben manche sagen ja jetzt tut er wieder so als ob ich der berufe wäre genau ich krieg die krise mit diesem typen dass mich als typ bezeichnet kannst nicht reden mit dem kerl unglaublich ja unglaublich ist dass er die ganze zeit denkt dass er wäre im recht schreibt doch mal kommentare wer von uns ist denn hier das mimöschen jetzt fängt er auch noch an zu reden aber schwul wäre also das geht jetzt wohl echt zu weit die ist jetzt schon im arsch goldig goldig aus der ganzen exp points weg weil du arschgeige mich umgebracht hast aber du warst schuld weil du den creeper nicht weggehauen hast wer hatte das eisenschwert an wen hat sich der creeper von hinten herangeschlichen dich ja also was soll ich denn da machen mit einem eisenschwert dich umdrehen und ihn natzen ja wie wenn ich weiß dass er da ist du musst du denk doch mal mit ein krise mit dem kerl was machst du jetzt eigentlich ich baue mir eine eigene kleine existenz auf was so gut kommt ich irgendwann mal besuchen verständlich sehe ich ein weil ich es viel besser habe als du oder oder aus irgendwelchen anderen gründen weil ich die kleine existenz die du hast zerstören will verständlich verständlich die kraft wird noch mal tnt ich glaube mit gunpowder und sand sand das hast du doch alles zu glas verarbeitet oder du bist so ein vollkopf jetzt haben wir deinen wegen an der unterdessen mache ich weiter einfach die existenz der schafe komplett auszulöschen indem ich sie mit einer spitzhacke verbrügel mach das es hätte alles so schön sein könnte du nicht davon überzeugt gewesen wäre es ist auch eine menschliche existenz mit rechten wärst genau genau jetzt bin ich eine vor allem das lustige ist das bett ist gerade mal so lange noch für mich also die beiden mitten hintereinander verständlich so jetzt habe ich auch platz für ein bett bei einem kleinen zweimal zwei nein zweimal eins hölzchen hölzchen dreckchen häuschen was auch immer ich muss futtern ich kann kotzen wenn ich den typen nur sehe alter alter jetzt kommt er hier wieder auf die tour jetzt kommt er wieder auf die tour ja ja ich bin blöd ja das bist du was hast du gemacht schluchtsheul ja was ist passiert nichts achso ok nichts ich komme allein zurecht ja ja ich hab's kapiert reginalt reginalt außerdem kamst du auf die bescheuerte idee unser schönes häuschen in so einer scheiß kuhle zu bauen es ist ein kuhlen häuschen halt die frisse ist ja gut du musst ja nicht gleich so aggressiv werden bin ich aggressiv wird ich immer aggressiv nein nein sag ich doch überhaupt nicht nein überhaupt nicht überhaupt nicht nein ich bin die frau ich hab immer recht wir sind ganz gut Joach 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 Moment was Joach seit wann heiß ich denn jetzt Jochen seit wann heißt Jochen ja seit wann heiß ich Jochen wer ist Jochen äh das ist eine gute frage hey Jochen hey Jochen was geht hm interessant ich hätte eigentlich diese 3 Steinschaufel gemacht das kann doch auch nur du gewesen sein genau na klar schieb halt alles auf mich wirklich alles ja ich hab keine 3 Steinschaufel gemacht bin ich doof oder was ich hab Steinschaufel gemacht weil ich Sand farm war für dich ja und aber da brauchst du doch nur so viele Schaufeln wie du auch Sand farmst und nicht noch 3 1 halb Schaufeln mehr doch weil ich demnächst wieder Sand farm gehen muss weil du wieder Glas brauchst für deine Glassohn ich dachte du liebst jetzt alleine ja ja tue ich auch aha aber damals war ich noch mit dir zusammen aha ja alles klar puh du elender Frauen ich findest übrigens cool dass du das so lange geheim halten konntest du in Wirklichkeit deine Frau bist ne genau wie sie mit sich haben bei den ersten Videos hat das keiner vermutet ja ne selbst jetzt meine Stimme habe ich doch ganz schön ganz gut hingekriegt ne ja deine Stimme hast du gut im Griff ja mit diesen ganzen After Effects Bearbeitungen und sowas After Effects After Effects Ach 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 willst du wirklich da hin gehen After Effects Wirklich ja ich finde After Effects toll ok Das ist doch unglaublich. Warum ist jedes Minecraft-Let's Play dazu verdammt, einmal von schlechten Witzen heimgesucht zu werden? Weil meine Pokémon-Videos auch so sind und ich hier nur einmal mitmache. Ja, stimmt. Okay. Alles klar. Das ist ein Moment was. Sammel, 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 sammel. Sammel, sammel, sammel. Sammel, 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 sammel. Surium, mein chemisches Element? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Können googeln. Das wäre ganz witzig. Ja, dann google. Du hast hier die zwei Bildschirme, bei denen sieht man das nicht in der Aufnahme. Bei mir sieht man das so oder so nicht in der Aufnahme, wenn ich mit Dextory aufnehme. Kaufzeug, voll das geile Problem. Nicht gesponsert von Dextory. Du benutzt ja Camtasia. Du inwender. Du lustig. Ah ja, genau hier wollte ich. Ich habe Lava gefunden. Das ist mir scheißegal. Verständlich. Mir eigentlich auch, weil ich sie noch nicht brauche. Ach so. Yeah. Ich muss dich irgendwann mal besuchen kommen. Nee, das sehe ich nicht ein. Und die jämmerlichen Anfänge deiner Zivilisation gleich in einem Keim zu ersticken. Du nicht. Jeder, aber du nicht. Jeder, aber du nicht. Jeder Charcoal Level 1 schafft das, aber du nicht. Na, wer kriegt die Runds. Schaffen würde ich das. Ich soll das noch nicht. Verständlich. So habe ich diese Aussage jetzt gedeutet. Das war eine Referenz zu einem LOL-Stream irgendwann. Das war ganz witzig. Die PT? Ach so. Ne? Ja. Wir verstehen uns. Ja, ja, natürlich. Ja, klar. Sobald die Offenung vorbei ist, kannst du wieder coole Sachen machen ohne mich, ne? Ja, genau. Ui. Schnipps. Äh, Fackel. Warum nicht? Und, äh, da meinetwegen auch. Ist mir eigentlich scheißegal. So. Ja, ich denke, ähm, das war's für Minecraft. Viel mehr kann man nicht machen. Ich hab mein Überleben gesichert, also. Aha. Ne, Quatsch. Also als ob wir das jetzt dabei lassen. Also wirklich, ist hier, ne? Kommt mich einfach ein Creeper besuchen, na? Klar. Verständlich. Komm, höre, du Arschloch. Ich hab gehört, das soll des Öfteren mal vorkommen. Ja. Wir gehen jetzt Marco suchen. Nein, bitte nicht. Ich bin doch noch so jung. Äh. Na los, komm, höre, du Kumpratze. Ups. So, wenn wir das auch holen, hat sich das auch erledigt. Hier ist nix. Natürlich ist da nix. Du bist da. Wie, schade. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt etwas Cooles finden könnte, womit ich angeben darf, aber nein. Nein, das Leben ist hart. Ja. Muss ich warten, bis wir das neue iPhone S kaufen können. Das iPhone 6 1024 oder so. Keine Ahnung. Ja, das iPhone 6 1024, genau. Genau so, genau so buchstabiert man das. So buchstabiert man das. Na logen doch. Logen doch. Nö, 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 nö. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Marco keine Ahnung von nischt hat? Was ist nischt? Ja, genau. Sag ich mal. Eiskalt. Und dass du immer krampfhaft versuchst, mit irgendwelchen schlechten Witzen Lacher abzustauben. Klar. Ha. Das Schlimme ist, wenn es manchmal funktioniert. Ja. So. Da, 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 da. Ich baue mir ein Haus. Ich baue mir ein Haus. Wie wir beide die ganze Zeit vor uns her singen. Ja. Vollmerkwürdig. Ich baue mir ein Haus, dann gibt es ein Festschmaus, denn ich habe mir ein Haus gebaut. Ich bin überhaupt nicht müde. Ich leg mich mal hin. Ich bin überhaupt nicht müde. Ah shit, ich muss die Tür offen lassen. Ich muss noch nicht ins Bett, Mama. Ah fuck, das ist jetzt natürlich kack. Ah nee, Quatsch, scheißegal. Ich schlafe mit offenem Fenster. Hab gehört, er soll gesund sein oder so. Ich schlafe mit offenem Fenster. Was schreit mich denn da jetzt an? Keine Ahnung. Äh, Stefan, äh, Silvan. Oh, Paul. Immer noch bei uns mitmachen. Paul. Was? Oh, hey, Paul hat mich angeschrieben. Ja cool. Die Nachricht erreicht dich jetzt. Oh, unglaublich. Ja. Was machst du denn da hinten? Ich höre dich knuspern. Ach so. Ach, er verleibt sich Getränke ein. Der, der groteske, der. Ja, ich verleibe mir Getränke ein. Ja. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen Felswand weghauen, damit unser Haus davon nicht so erdrückt wird. Hey. Willst du das jetzt mit deiner Einzelexistenz eigentlich so aufrechterhalten oder willst du das? Ich weiß es nicht. Mal gucken, mal gucken, wo mich das hinführt. Ich bin gerade im Prozess der Selbstfindung. Ich habe vor demnächst ein Fast-Jahr zu machen, in dem ich ein ganzes Jahr lang nichts esse. Mhm. Gerade du. Ach ja. Jetzt lebe das Terraforming. Ein Brecher. Ein Brecher. Ein Brecher. Ein Brecher. Nein. Mein Plan, mein Grandioser. Sechs Jahre der Planung. Für nichts. Für nichts. Fasse es nicht. Elend. Fasse es nicht. Da bauen auf Terraform ich hier ein bisschen. Denk mir nichts Böses. Und dann kommt ja ein Dieb vorbei. So ein Elender. So ein Elender. So ein Abgenutzter. Abgenutzter. Abgenutzter Dieb, ja. Ich habe gehört, dass es gut ist. Ich wundere mich da gerade, warum geht hier eine Truhe auf? Denk mir so, was? Oh nein. Oh, das war einer von den witzigeren Momenten. Ja. Also, ich würde sagen, du stoppst jetzt das, was du gerade machst und dann moderieren wir ab. Jo. Also dann. Nächstes Mal bei Minecraft. Organ Trail. Hast du ja ein Organ Trail? Ach, Moment. Moment. Da fehlen immer noch die letzten zwei Parts. Halt den Mund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.